so und hier haben wir einen besonderen und zwar einer von den etwas höheren figuren muckel erbe von frag ihn doch okay warum auch immer ich muss ihn eliminiere die drehbank so steht es hier er repariert oft schiffe in der nähe des hafens von bucking bucking daheim in oxenaföcher und da sind wir jetzt auf dem weg so so Okay. Oh, yeah. Come on. Ich bin der Kordetschger. Ich bin der Kordetschger. Ich bin der Kordetschger. Er wird sich erheben. Wie man hört, ist er kein Elfrett. Ich habe alle belogen und Sie werden es nie erfahren. Sie werden von mir als gutem Mann sprechen, der seinem Herrn diente. Dein Huger fährt in einen neuen Leib. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.